Hallo und herzlich willkommen zurück zur EnnoDyne. Das sage ich heute schon zum zweiten Mal, denn eben ist meine Aufnahme nach sieben Minuten abgeraucht. Mein Aufnahmeprogramm wollte einfach nicht mehr, hat gestreikt. Also wirklich viel habt ihr jetzt nicht so verpasst. Ich habe hier ein paar Räume aufgedeckt in dem neuen Gebiet. Und sonst bin ich im Prinzip eigentlich eben mal bei diesem komischen Zwischenboss gestorben. Aber das war es auch schon, also ich glaube es ist ein Zwischenboss. Kommt mir jedenfalls so vor. So, dann versuchen wir das jetzt nochmal. Hier, diese drei, was auch immer. Ja, das habe ich aber vorhin noch nicht gesehen. Was seid ihr denn? Okay, interessant. Was steht denn da? Juli, 17. Juli 1957. Sieben Clowns. Äh. Tired. Lungenprobleme. Äh. Irgendwie, sieben Clowns mit Lungenproblemen. Und diese haben sich irgendwie zur Ruhe gesetzt oder haben aufgehört wegen den Lungenproblemen. Sehr merkwürdig. Ähm, Karte. Wo sind denn die Clowns? Äh. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Das schafft man das. Ohne Schaden da durchzukommen. Das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Haha, was für ein Wortwitz. So. Okay. Die Karte haben wir uns geholt. Dann geht's jetzt hier unten weiter. Oder auch nicht. Weil. Hm. Verstehe ich's nicht. Einfach nicht. Oder. Ich kann jetzt da hin. Ja. Aber ich komme da nicht weiter. Weil. Da springt der auch nicht hin. Moment. Nee. Äh. Entgeht mir irgendwas hier? Es scheint fast so. Oder ich muss erst noch woanders hin. Wir können ja erst mal woanders schauen. Oder musst du da hinlaufen wieder? Ich verstehe so langsam, wie das hier funktionieren soll. Nein. Aber nicht, indem ich da runterfalle. Nein. Verdammt. Nein. Das ist. Hä? Na, zu spät. Wieder so'n Tacken zu spät. Ich mach das immer. Das passt nicht ganz. So. Ja. Ich hab doch mal was gefunden. Oder geschafft. Ach du. Haiermann. Ähm. 24. Juni 1957. Trapeze. Trapez. Äh. Das ist gebrochen. Aha. Das hört sich ja echt nett an. Ja. Das passt vom Timing nicht her. Ähm. Die sind ganz schön fix, die Flammen. Ja. Wunderbar. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Ich bin halt gleich wieder tot. Aber. Was soll's. Wo war das denn mit dem. Äh. Wo war das denn jetzt? War das da oben? Ähm. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Das war woanders. Oder. Ach. Wieso hat mich denn da jetzt noch was getroffen? Also bitte, ja. Bitte noch eins. Ähm. Ja. Lala. Ich stell mich wieder an wie der King im Ring. Ich bin der King im Ring. Ich bin, hm. Ja. Ich bin der totale King-Ring. Nee. Mal ein bisschen Konzentration hier. Was soll das denn? Verdammter Blob. Warum trifft der mich auch zweimal? Den Schlüssel. Lass mich in Ruhe. Verdammte Fledermaus. Oh, das war jetzt aber glücklich, oder nicht? Na toll. Warum habe ich das denn jetzt geöffnet? Ich komme ja so gar nicht da mehr zurück. D-d-d-d. So. Also hier bin ich guter Dinge, dass wir für den Schlüssel auch das passende Loch finden. Aber wie... Äh. D-d-d-d-d. D. Zum Beispiel da. Ja, aber hier unten geht's da hin. Okay, dann mach ich mal da auf und geh aber erst mal nach rechts. Och ja, bitte. Bitte. Was soll das denn? Was soll das denn? Ach, lass mich doch in Ruhe. Äh. Dann halt nach oben. Ah, d-d-d-d-d-d. Das ist hier jetzt eine Stuntshow, oder wat? Nein. Nein. Ja. Okay. So. Moment, aber es geht hier auch links lang. Aber... Nicht von hier aus. Oh, ein Löwe. Oh, ein Löwe. Oh, 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 oh. Soll das auch so ein Boss sein? So ein Mini-Boss? Damit haben sie es jetzt aber. Ähm. Von hier soll es da lang gehen, aber... Das ist aber ein bisschen merkwürdig. Ach, nicht schon wieder. Nein, geh weg. Geh doch weg. Ja, das ist super. Da kommen wir definitiv nicht drüber. Egal, was wir auch probieren. Ah, das ist halt doch alles hier ein bisschen Käse. Ja. Ähm, da weiß ich ja gar nicht, wo ich hier wirklich hin will. Ich schau erst mal hier. Das ist der leichtere Weg. Wow. Das war mal wieder knapp. Öh. Nein, nein. Komme ich hier weiter? Ich weiß es nicht, aber... Ich... Boah. Hallo. Nee. Nee, nee. Äh. Ja, ja. War klar. Ist doch wieder... Ja. War auch klar. Ach, komm schon. Ach, nee. Nee. Geht weg. Geht weg. Geht... Oh, verdammt. Ich wäre fast am Speicherpunkt gewesen. Ach nee, jetzt fange ich hier wieder an. Ach, lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch alle in Ruhe. Ja, lass mich blöde, blöde Fledermaus. Ähm... Ja. Jetzt geht das mit dem Springen auch schon nicht mehr. Wieso... Wieso? Ich würde gerne... Ich komm da gar nicht hin. Ich komm da gar nicht so wieder zurück, oder wie? Ich mach mal gegen den Strom. Ähm... Da rechts ging es nicht weiter. Ach, jetzt kommt das hier wieder. Ui... 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 Geh weg. Ja, genau. Wenn ich da lang laufe, genau dann. Kannst mir mal die Füße küssen. Ach ja, genau. Ähm... Jetzt wollen sie es aber wissen. Oh, das ist doch... Ja, genau. Genau, verdammt. Lass mich doch in Ruhe. Was ist das denn? Äh... Bin schon wieder tot. Neee... Au. Ja, lauf rein. Ach, ich muss mir jetzt auf jeden Fall den anderen Speicherpunkt holen, sonst ist das hier alles... Zieht sich das alles ganz schön in die Länge. Das wollen wir ja nicht. Ey... Schon wieder zwei Lebenspunkte abgezogen. So. Ähm... Hier war... Ach, das... Ja... Ist das vielleicht etwas, was ich schon haben wollen würde? Äh... Ah, das... Das hat mal erstaunlich gut geklappt. Und ihr Dinger fahrt nur zur Seite. Was passiert denn, wenn ich so mache? Äh... Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das habe ich wieder nicht gesagt. Jetzt wollen sie es hier aber echt wissen. Ich dachte schon, ich verbrenne mich. Hier lang vermutlich. Den kann ich eigentlich nicht ausreichen. Es sei denn, ich wäre gesprungen. Wenn ich also jetzt den betätige, dann kann ich da oben durch. Das ist doch mal... Was? Wieso soll das hier ein Zirkus sein? Wo ist das Sicherheitsnetz? Das frage ich mich auch. Ja, nein, vielleicht... Ich war gerade kurz am... Vielleicht das hier? Tatsache. Watt, wer bist denn du? Ah, Kiste. 21. Juli 1957. Verfolge ein... Käfig. Eine Käfig-Fehlfunktion. Cage. Oh, ja, doch, Käfig. Oh, wurde von Löwen angegriffen. Im Gesicht. Wow. Das ist echt bitter. Das ist total verstümmelt. Ach, das war das. Also... Okay, den Schlüssel haben wir. Da kommen wir nicht drüber. Ähm, dann müssen wir wieder zurück. Und... Wo war denn da noch mal, ähm... Eine verschlossene Tür irgendwo. Halleluja. Halleluja. Ähm, ich hab schon wieder... Nein, du solltest springen. Nee. Ach nein, jetzt muss ich da durch. Wer baut denn sowas? Wer baut denn solche Level? Jetzt komm ich wieder hoch. Äh... Ich muss jetzt gleich, wenn ich... Hier unten rauskomme... Müssen wir gleich hier nach... Ja, ich muss erst... Nein. 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 Ey, nee. Nee. Wow. Ich dachte, das hätte mich jetzt nicht erwischt. Aber... Obwohl, eigentlich müsste das ja noch halbwegs funktionieren, wenn ich, ähm... Auf dem Ding hier stehen bleibe. Ja. Ja. Verbrennung x-ten Grades. Oh, diese Dinger sind echt... Ich hasse sie. Ich hasse sie so sehr. Ja, das gibt's nicht. Ich... Ich hatte... Ich hatte... Ah, wenigstens, das hat geklappt. Ähm... Ich soll von hier noch nach... Ähm... Links kommen können. Kommen können. Könnt ihr auch kommen... Kommen können. Ich glaube, das hier ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, das muss schon... Ja, unten war wieder... Genau, das. Dann einfach nach oben. Wow. Da ist der olle Löwe. Und hier ist dann dieser... Versteckte Weg, scheinbar. Was soll mir das bringen, wenn ich da eh nicht lang kann? Äh, Lauf! Ah, das kann ich doch schon so wieder vergessen. Warte da... Wow. Das war ja regelrecht Millimeterarbeit. Boah. Wie ein Profi. Äh... Nein. Ja, nein. Oh Gott, das schaff ich doch nie im Leben. Ja, okay. Damit wäre das auch geklärt. Speichern. Wunderbar. Dann höre ich hier jetzt mal wieder auf. Aber das ist schon... Das ist mal ein interessanter Dungeon. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, ich freue mich über ein Like, über ein Abo und natürlich über einen Kommentar. Bis demnächst. Bis bald.